Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns als Nightfare spielen können. Und dafür habe ich mir meinen Nightfare-Char hier geschnappt und bin schon ein bisschen losgetigert und habe mir das ein oder andere Anima-Stückchen zusammengefarmt. Denn wir werden jetzt einiges brauchen, um bei einem Händler uns das kaufen zu können. Dafür befinde ich mich einmal hier im Adenwald und da im Herz des Waldes. Und hier auf den Koordinaten 59, 33 haben wir die Pakt-Händlerin und die verkauft uns einige Items. Unter anderem auch ein schickes Mount, um das es heute sich dreht. Und zwar den Schattenblatt Runenhirsch und der kostet uns 5000 Anima. Ihr braucht noch eine weitere Voraussetzung und zwar müsst ihr euren Ruhm auf insgesamt Stufe 17 war es glaube ich bringen. Das sollte aber denke ich mal nicht das Problem sein, denn wenn ihr den Char halbwegs aktiv spielt, bekommt ihr die Ruhmstufe relativ einfach nach oben. Solltet ihr gar keine Ahnung haben, wie das mit der Ruhmstufe funktioniert, ihr habt zwei Quests in der Woche, wo ihr safe eine Ruhmstufe bekommt. Das ist einmal die Quest, dass ihr im Schlundseelen sammeln müsst und dann einmal die 1000 Anima sammeln müsst. Da bekommt ihr jeweils eine Ruhmstufe und wenn ihr hinterher hinkt, also nicht auf der maximalen Ruhmstufe im Moment seid, dann bekommt ihr dementsprechend über den World Boss eine Ruhmstufe, über Dungeon-Kills, über Begevens, über Raid-Boss-Kills, über die Berufungsquests. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Es ist eigentlich schwierig die Ruhmstufe nicht hochzukriegen, wenn man den Char in irgendeiner Weise spielt. Gut, soviel dazu. Wir kaufen uns den jetzt mal für 5000 Anima und gucken uns das an. Bei den anderen Pakten gibt es übrigens bei den anderen Händlern dementsprechend auch einen Haufen Mounts noch zu holen. Dort ist es aber so, dass ihr dann dementsprechend Necrolord sein müsst, dass ihr Ventir sein müsst, beziehungsweise dass ihr Kyrianer sein müsst und die werden wir uns dann auch noch mit einem anderen Chars angucken. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Schattenblatt Runenhirsch einmal an. Der wird hier einmal gelernt und dann schauen wir uns mal die ganzen Hirschen an. Und ihr seht, mittlerweile habe ich insgesamt schon 5 von 8 Mounts, die man über den Pakt bekommen kann. Und hier haben wir dann den Schattenblatt Runenhirsch. Das ist quasi die kleine Version von eurem Pakt Mount. Ihr seht, wir haben nur ein kleines Geweihe. Das ist hier so ein bisschen rötlich gehalten. Unten da unterscheiden sich die ja immer so ein bisschen. Und es gibt natürlich auch die große Version, die ich euch auch schon gezeigt habe, von dem selben Mount. Die sieht dann so aus. Die hat dann noch ein bisschen größeres Geweihe. Das ist, wenn ihr dann die Ruhmstufe 39 erreicht habt. Natürlich haben wir hier auch nochmal andere Farbgestaltungen. Mal ein bisschen grüner. Mal dann hier auch so ein gelb-bräunliches. Die Mounts, die holen wir uns dann auch noch. Und da gibt es dann auch selbstverständlich wieder ein kleines Video zu. Übrigens, wir können theoretisch bei dem Händler hier noch weitere Mounts kaufen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen nach hinten blättern, seht ihr, dass es noch einen Mount gäbe. Das kann man aber sich, wenn dann hier kaufen. Oder bei einem Rare Farming, das ist Valvir. Da habe ich euch aber, denke ich mal, auch schon ein Video für aufgenommen, wie das genau funktioniert. Da am besten dann dort reingucken. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne wieder rein. Wenn es wieder zum nächsten Mount geht, euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.